Wieso ist denn der so langsam? Wisst ihr was? Aber wir müssen das jetzt mal ausmachen. Start der Paket. Hier. Das reicht schon wieder. Alles doppelt schon wieder hier. Warte mal. Ein Paar ist doch nicht so langsam. Das ist ja anders beschissen. Moment. Wenn ich mit dem Bogen schieße und skille auf mein eigenes Melee Damage, habe ich dann trotzdem mehr Schaden? Ich glaube, das war bei Arxa, ne? Ah, wieso ist der so scheiß lang? Sonst kannst du dir nicht vorstellen. Äh, noch eine Frage. Wenn der Dino 100 Kilo tragen kann und ich wiege 200, geht das auch nicht, gell? Das deckt ja dann. Also das zählt zusammen. Das ist schon ein logisches Spiel, schätze ich mal. Okay, okay. Kannst nicht mal reiten. Gut, gut, gut. Passt. Alles gut. Deswegen habe ich die... Deswegen... Ist eigentlich logisch. Nur eine dumme Frage, aber trotzdem wollte ich mal sicher gehen, wie ein gutes Spiel mitdenkt. Deswegen habe ich auch die Pterodons immer auf Gewicht gespielt am Anfang. Gesamtgewicht. Okay, okay. Ja, komm. Es ist halt... Passt doch. Ist doch schön. Ein bisschen Gewicht. Ist der? Aber der schaut richtig geil aus. Der schaut richtig cool aus. Und außerdem möchte ich das nicht haben. So. Wir holen uns den Raptor. Den holen wir uns noch. Ja, man kann... Aha. Ich wollte gerade sagen, man kann ja nur so komisch rumpeln, oder? Ja, der... Das mache ich ja selbst. Schau, mit dem... Mit dem... Mit dem Kopf schlage ich und farm dann. Weißt du? Ich schlage mit dem Kopf und farm dann. Deswegen. Ja, wie die da aber auch drauf sitzt, ja? Ja, ist halt wild, ne? Kann man so sagen, ne? Ja, aber super geil. Das Spiel, ey. Brauche ich? Easy. 230 Heid. Ich verstecke mich und dann kriege ich es sofort. Ausrufe jetzt nicht den Heid in den Chat. Wieder so ein schlechter Heid-Witz. Müsst du doch noch... Ja, klar. Hier immer der... Heid-Witz hier. Ausdauer hat er mehr als genug hier. Ausdauer hat er mehr als genug. Ich mache mal zuerst ne Raptor-Sacken statt zu gehen. Und wenn man Raptor kann ich gut Heid-Farmen. Easy. Raptor Heid-Farmen, sehr gut. Sehr gut. Ich brauche... Ich will das da. Yes. Okay, wie war das nochmal? Ich muss mal nach... Nachschauen. Ich brauche normale Narkotiks. Dann kann ich eins zu eins machen. Okay. Also immer... Immer über den normalen Narkotiks. Und dann geht das hier so. Einfach Drogen herstellen. Ist das Blue das Smallste? Das Kleinste? Ich denke schon. Ich hole das... Achso. Okay, gute Sache. Ich kann ja... Ach Gott, ich kann alles. Warum ist das so komisch gelb? Hast du jemals gelerntes bei Engram? Aber ich will doch nur das, was ich kann. So geht's jetzt. Was ist denn das? Engram? HG Dino Construction. Was ist denn das? Ist das so... Im Haken haben oder was? 1.500 Polymer. Leckt mich. Ich schaue da jetzt gar nicht. Kannst mich mal. Was ist denn das alles hier? Ach, Romantic Headstyle. Oh, geil. Was ist denn das? The Packstation to pull resources from Dino. Achso. Kann ich das nicht sowieso? Wood Elevator. Muss man sich mehr machen, denn dann kann ich mich überall hochziehen. Oh, geil. Eine Sense hier. Das sind doch verschiedene Safe Games oder was? Du hast sogar gespeichert. Ja, ich habe zwei, die ich immer abwechsele, falls ich mir mal irgendwas verkacke ist. Bin ja nicht ganz bescheuert, oder? Ja, na, 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 ja, ich weiß ja nicht. Ja, ich habe die Erfahrung, was der der meiste. Bin mir nicht so sicher bei dir. In die Fresse dem Raptor, das Ding. In die Fresse. Allen drei. Haben die das optimiert und läuft es nur ganz zufällig am Anfang so gut, weil mit 88 Frames auf 1000 auf 1440p ich nie gedacht, dass ich spielen kann. Ganz entspannt. 76 Grad alles. Hier kann man nicht erdrücken, oder? Hier muss man das draufziehen, glaube ich. Was ist die Finde? Ja, kaputt. Kein Plan, sagst du. Die ganze Kacke hier. Weg mit dem Dreck. Was ist denn das? Rein da mit dem Scheiß. Was habe ich noch alles verschmarrn hier? Noch mehr Skin, oder was? Wie jetzt? Breite, ganz zumindest. Breue ich nicht, Breue ich nicht. Das brauche ich ja auch nicht, das ist besser, mein Dings da, oder? Ich habe mich ja doppelt hier, den Scheiß. Weg damit. Ja, komplett weg, oder? Drop. Rambo, ach du Scheiße. Echt jetzt? Tee wieder. Tee wieder. Tee wieder anziehen, erstmal hier. So. Wie passt denn hier alles rein, hier in das Ding? Da rein, da kann ich das da rein sehen, ich will das nicht mehr sehen, einfach. Einfach weg mit dem, komm ich tu das alles rein, dann kann ich das. Dann kann ich das da raus tun, hier, so. Okay. Außerdem kann ich das Mittel halt sowieso hier rein tun. Okay. So. Jetzt würde ich mir den Raptor gerne holen wollen. Was, acht Punkte? Spinnst du jetzt, oder was? Ich sehe halt einfach nie wieder was. Reicht wieder jetzt hier, ach du Scheiße. Das ist ja gut jetzt. Okay. Na gut. Äh, ich glaube, wir schaffen den schon zu holen. Ganz normales Fleisch. Reicht doch eigentlich. Ich tu mal alles für den Beeren weg. Guck mal, haben wir Essen? Das brauchen wir nicht. Ich glaube, du bleibst aber hier, ne? Dich, dich lass mal einfach da. Dich lass mal da, du entspannst ein bisschen, machst dir einen schönen Tag. Und wir gehen auf die Reise. Und ziehen den Arrow hier, äh, rein. Wollen gucken, was passiert. Wird gern auch das, äh, das Öl da lassen. Die Chitillien, die Perlen. Hä, wie war das denn nochmal mit diesem Ding da? Ich bin chibi. Was, 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 was war das nochmal? Was war das nochmal? Äh, earn XP from Alpha Creatures kills when XP to increase level. Earn XP from Alpha Creatures. Ach so. Ich krieg dann extra, also stimmt, wenn ich Alpha Kills level das, dann hab ich irgendwas extra. Irgendwie mehr Gewicht oder... Was, 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 was war nochmal das? Das sind diese komischen Dinge da. Irgendwas hab ich extra bekommen. Mit denen. Irgendwas war mit denen. Weiß nicht mehr genau. Okay. Okay, mach mal das so, fast. So dringend, Chef, sag ich, glaube ich, weil es der Laptor haben. Frage ich nicht. Ja, gell? Sagst du, sag, denkst du auch? Na, sag ich doch. Sag ich doch. Jetzt, wo du das erwähnt, ist mir das klar. Bräuchte ich, bräuchte ich die Bohler? Ich kenne doch direkt, ich... Ja, Bohler muss schon sein. Ich weiß nicht, ob ein Schuss reicht. Würde ich, würde ich schon machen. Ich werde aber auch dieses Menü hier unten größer machen. Warte mal kurz. Item Slots gain. Ist es das? Ja. Okay. Okay, gut. Ich glaube, das ist okay so. Kann noch zwischen... Ja, kann noch ein bisschen kleiner machen, dass es zwischen beiden Händen ist. Aber ist, glaube ich, okay so. Da ist ein Dido. Boxen die, das weiß ich. Wenn ich einen Dino habe, dann, also ein Dino, den, äh, Raptor. Würde ich gerne auf die Suche, auf die, auf die Suche gehen nach, ähm... nach Metall direkt. So ein bisschen da hoch den Weg, zum Spazieren gehen. Da ist er. Das müsste der sogar sein. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, das ist halt... Ich weiß, das ist zu einfach, aber... Ist doch egal. Komm, ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen Spaß haben, why not? Schade, nicht genug Heid. Jetzt habe ich den jetzt sofort hergestellt. Gute Nacht. Mal gucken, was deine Freunde sind, oder was? Hier waren doch deine Kollegen. So. Aber ich glaube, das müsste... Ich weiß nicht, ob das Tor erreicht. Aber ich habe ja noch hier... Was für Geräusche der macht. Fressen die den? Ist das noch so, dass wir den fressen? Ne, nur wenn ich... Items... Doch, doch, doch. Doch. Normalerweise fressen die den, wenn ich Items drin habe, wenn ich Freistand habe. Irgendwas war es. Deswegen hat man... Eigentlich nichts reingetan und erst am Schluss... Ähm... Was reingetan, als es durch war. Glaube ich. War das nicht so? Mal erst, wenn man... Wenn man es drin hat, dann fressen die den. Wenn jetzt seine Freunde kommen. Ich muss dringend Schiffen gehen. Sehr gefährlich ist das, aber ich gehe trotzdem Schiffen. Sehr gefährlich, weil hier putten ja die anderen Raptoren noch immer. Anscheinend sind die aber weg. Schiffen und Trinken holen. Zwei Minuten... Schiffen und Trinken holen. Untertitelung... dreamsots korvorhof ... Schiffen und Trinken holen. Schiffen und Trinken cheinen. Sie sind der... Schiffen und Trinken und Trinkenwe Jurgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sonst ist alles Standard. Nur Ressource Spawn habe ich verdoppelt. Das ist verdoppelt so schnell Spawn die Ressource, wenn ich ein bisschen farben kann. Das ist alles eigentlich Standard hier. Nur Difficulty Offset ist 10. Ich hatte früher auch immer 10, deswegen habe ich das hier. Servus, geil. 209. Also das war jetzt nicht Perfekt Taming. Gleich löschen wieder den Dino. Moin, was geht? Jetzt lass uns Heid holen. Komm, mein Freund. Raptor wins Fatality. Was ist der Name? Kann ich mich gegen so ein... Ja, das sind viele Trikes hier. Aber Level 17er Trike? Kann man doch mal machen, oder? Komm, wir verlieren den Dino schon wieder. Gleich wieder verlieren. Scheiße, der kommt auch. Level 15er. Aber unserer greift nicht an, oder was? Okay, der greift nicht an. Was ist denn für ein Befehl, Attack Target? Wenn der mich ergreift, greift er an, oder? Jetzt greift er an. Okay, okay, jetzt greift er an. Der greift gar nicht an. Doch, komm. Komm. Komm, friss. Was ist denn das Attack Target? Komm mal. Rauf da. Genau. Ich sag's dir. Beste. Ja, Beste hast du in die Welt fallen, in die Welt zurückgetrieben. Hier, da. Rauf da. Oh, falsche Taste. Hallo. Wo ist mein Raptor? Wo ist mein... Was macht er denn? Komm her. Komm, Attack. Ich weiß nicht. Das geht. Na, das geht nicht. Ach man, diese Tasten hier, ey. Bei dem Spiel. Bei dem Spiel. Das ist... Jetzt halt. Und das hier. So, ich hab hier... Bin diese. Ach, ich muss... Ich muss... Also, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so... So... Ekelhaft. Wo ist das? Punkt. wo ist das? die geht kaputt hier das ist Punkt die Taste Point Semikolon das mache ich gleich ich will erstmal in den Sattel bauen dass ich hier sicher bin hast du gesehen? hast du gefunden? Alexion hast du gefunden? ok warte ähm unter y zelon attack my target ich würde es sogar vielleicht einfach hier nach vorne setzen why not danke dir danke dir fürs mitlesen und dahin bewegen es gibt doch so ein dahin bewegen oder ist es das? das ist attack target ne? hier das ist attack target aber es gibt doch so move dahin bewegen ähm move to Komma hier dann habe ich das hier so genau ok nice super so dachte ich mir das ja geil man spiel durch geschafft das habe ich aber zu viel steine in der tasche ich habe hier so bewegen seitliche maustaste also zurück back button und nach vorne attack kann jetzt bisschen logisch für mich warum auch immer oh Leute wie geil cool yeah oh wie geil aber so langsam die sind alle so slow irgendwie warum das? bis sie leben können da kriegt eh nicht viel leben dazu Stamina Stamina ist nicht wenig Minidamage das ist total wenig ok ok ähm joo ich bin mir jetzt nicht sicher was ich noch skillen soll fortitude 24 ist noch zu wenig oder zu viel? ich weiß gar nicht ich muss kurz headset wechseln ich kenne gar keine animated series der kommt mir wirklich langsam vor der kommt mir wirklich langsam vor ich würde jetzt gerne ich würde jetzt gerne ein bisschen mich umschreiben ich glaube ich bin zu schwer auch ja deswegen so langsam guck mal oben rechts das gewicht bin ich schon langsamer als gewollt bin ich schon langsam als gewollt wegen den steinen was mein dir ich denke schon oder? weil normalerweise ich habe überhaupt nicht so langsam in Erinnerung ich bringe mal die steine zurück ins Haus ich glaube auch ja ja sagst du auch ja ok das ist das ist doch erlaubt das doch super schnell ich weiß dass die wilden dinos stärker sind als die ich habe ja vorhin im server settings settings gesehen ein angreifender dino also ein wilder dino ist attack 1 standard und wenn du den gleichen nur gezähmt hast ist er auf 0,17 aber du hast ja mehr level von daher gleicht sich dann irgendwann wieder ein bisschen aus das ist das ist jetzt kann man farmen hey was lohnt sich denn bei dem Damage, Stamina Damage, Stamina, Stamina Damage leben oder? aber ich finde das Spiel schaut gerade wunderschön aus ich habe es noch nie auf 1440p gespielt